Hallo liebe Reisende, hier ist Jan-Josef Liefers und Ihre nächste Station heißt Zoologischer Garten. Übergang zum Regionalverkehr, zur S-Bahn mit Verbindung zum Hauptbahnhof, zur U9, zum Metrobus und Busverbindung zum Flughafen Tegel. Mach mal eine Ansage, so heißt unsere Aktion. Und die Idee ist, dass jede der 29 Stationen der U2 von einem Prominenten oder einer Prominenten angesagt wird. Wie zum Beispiel auch heute hier dabei bei unserer ersten Fahrt von Frank Zander, der die Klosterstraße ansagt. Und jeder sagt, es konnte sich eine Station aussuchen, mit der er etwas verbindet. Und das ist eine Liebeserklärung an die Berlinerinnen und Berliner. Die BVG ist auch mit fast 90 Jahren noch interessant. Ich bin wirklich aus Ruhr-Berlin, aus Neukölln und bin stolz drauf. Bin auch stolz, dass ich hier ansagen darf und freue mich auf meine Ansage. Ich weiß jetzt nicht, wo wir sind. Meine Feiern und ich jeden Tag U-Bahn, alle zwei Tage nur. Kommt jetzt gleich meine Station? Ah, jetzt gleich kommt meine Station. Bin jetzt aufgeregt. Alli, hallo, hier ist Frank Zander und die nächste Station ist Klosterstraße. Na, sonne dicht. Dann natürlich auch, finde ich die Idee des Senders toll, jetzt mal Stimmen, die man einigermaßen kennt, für Ansagen zu benutzen. So, und ich habe also so einen Zettel gehabt, vor anderthalb Jahren, glaube ich, vor einem Jahr, mit allen U-Bahn-Stationen. Und man hat also jetzt Klosterstraße rausgepickt. Ich habe natürlich dann auch Olympiastadion angesagt, klar, durch meine Hymne. Hallo, hier ist Veronika Ferres und ihre nächste Station ist Ernst-Reuter-Platz. Übergang zum Metrobus. Ausstieg rechts. Ausstieg rechts.